so hallo zusammen heute wollen wir mal Edelstahl oder Messingschlösser vergolden am anfang ganz wichtig in fetten minus plus in fetten drüberfahren ganz wichtig kleiner Tipp von mir die Koko Glamme nicht über diese über diesen Bügel ziehen weil die sonst kratzt und nun hier hinten in die kleine Aussparung rein dann kann es sauber rutschen und es rutscht nicht bzw wenn man hier das so anzieht dann rutscht es manchmal raus also hier hinten einfach rein dann kann das auch schön durchschaukeln sauber entfetten irgendwo auf einen sicheren Ablageplatz legen auch hier mit dem Stoffpads wäre da Schwierigkeiten hat das mit dem Finger zu halten einfach mit einem kleinen Band an der Elektrode fixieren kann man dann nachher wieder wunderbar abziehen so 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 mit der großen Maschine das macht es automatisch unter grünem Licht also entfetten wer mit der kleinen Technik arbeitet einfach auf 6,7 Volt die Amperezahl bleibt bei 0,2,0,3 das ist auch gar nicht dramatisch wichtig ist nur das entfetten Minusklemme sauber machen Arbeitsfläche sauber machen und die Schlösser einfach kurz abspülen damit wir jetzt beim Vergolden keine Mischung haben zwischen Entfetter und Gold ich nehme jetzt mal das Klagold weil die Deckschicht nachher Platin sein soll von dem her ist es so immer wenn wir eine Zwischenschicht nehmen kann man das ganze entweder Klagold nehmen was 10 Gramm hat pro Liter das heißt die Abschaltung ist auch ein bisschen schneller oder man nimmt halt den Goldflash das geht genauso also hier hat halt 2 Gramm der Goldflash und von der Abscheidung her dauert ein bisschen länger bei so kleinen Sachen 5 bis 6 Volt in der Abscheidung bei der großen Maschine nehme ich ungefähr 12 Uhr Position vom Stellrad nochmal vorher abspülen damit es richtig sauber ist Klargold kurz eintunken können wir über den Becher machen damit wir keinen Materialverlust haben und dann wie gesagt das ganze kurz vergolden jetzt ist natürlich so wenn man Messing vergoldet sieht man den Unterschied am Anfang nicht auf Anhieb es wird natürlich ein Tickchen dunkler das sieht man schon also Messing oder 24 Karat das Gold ist immer etwas dunkler und dann halt einfach dadurch dass es eine Deckschicht bzw. eine Zwischenschicht sein soll reicht es in dem Fall wenn man es einfach nur mal kurz vergoldet als Deckschicht nimmt man halt das Kobalt geerdete Gold 8 oder 12 Gramm und dann ist die Fläche auch abriebfest wenn man es dick genug macht also wenn man nur 1-2 mal drüber fährt wahrscheinlich ein halbes Mikron drauf das wäre dann zu wenig aber dadurch dass so Schlösser wahrscheinlich irgendwo einmal benutzt werden hier unten umgläppen jetzt den Bügel dadurch dass dieser Stoffpad auch mit den Fasern zwischen durchläuft legt sich dann natürlich das Gold auch automatisch an und das Wasser spülen vorher nachher ja das sind vielleicht jetzt ein paar Milliliter gewesen wo man zum vergolden braucht und von der Arbeitszeit her ab der gesehen keine 5 Minuten wenn ich für so ein Schloss 10 Euro nehme kann man sich in etwa ausrechnen was man für einen Profit dabei macht also 24 Karat Gold noch ein kleines Wort zur Galvanik es gibt Firmen die das in die Galvanik stecken dann ist so dass durch die Galvanisch also wenn man jemanden findet der das auch macht ist so dass sich hier innen drin und auch in den Schlössern das Elektrolyt anlegt das heißt mindestens 40% Ausschuss ich habe also diverse Hersteller die wir das bestätigen können das heißt viele Schlösser sind nach dem Galvanischen vergolden oder auch im vergromen unbrauchbar also fast 40% kann man locker aussortieren weil halt einfach das Elektrolyt da drin die Schließe komplett verklebt beziehungsweise hier so zu macht dass der Schlüssel nicht mehr reinpasst und bei uns mit Stift Galvanik funktioniert das Ast rein also Ausschrauben passen wieder ins Gewinde Klappen schließen genau wieder planen das ist überhaupt kein Problem so das war's das war's